Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 26. Juli. Ein und 30-Jähriger stirbt nach Streit, weiter viele Busausfälle in Wiesbaden und am Flughafen drohen Streiks. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein am frühen Sonntagmorgen mit schweren Kopfverletzungen aufgefundener Mann ist gestorben. Das hat die Wiesbadener Polizei jetzt mitgeteilt. Demnach war der 31-Jährige Mann am Sonntagmorgen um 3 Uhr und 20 Minuten schwer verletzt in der Wiesbadener Neugasse auf Höhe der Hausnummer 4 aufgefunden worden. Zunächst war er noch ansprechbar, machte aber keine Angaben zu den Hintergründen seiner Verletzungen. Laut Polizei berichteten Zeugen von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und dem 31-Jährigen. Nun ist der Mann gestorben und die Kriminalpolizei sucht dringend weitere Zeugen, die zum Zeitpunkt des Geschehens in der Neugasse unterwegs waren. Insbesondere wird ein Mann gesucht, welcher sich um den 31-Jährigen kümmerte, bis Rettungskräfte eintrafen. Die Corona-Lage führt weiter zu Busausfällen in Wiesbaden. Der Krankenstand bei SW-Verkehr ist in den vergangenen Wochen auf einem durchgehend hohen Niveau, bestätigt der Sprecher Micha Spann aus. Etwas mehr als 100 Fahrer fielen wegen Arbeitsunfähigkeit täglich aus. Da Wiesbaden derzeit eine Corona-Inzidenz von über 1000 habe, gäbe es eine relativ große Dynamik. Kollegen kommen wieder, zur gleichen Zeit fallen aber kurzfristig andere Fahrer aus. Das kann dann zu spontanen Fahrtausfällen im gesamten Liniennetz führen, sagt er. Viele müssten sich auch um kranke Familienmitglieder wie die eigenen Kinder kümmern. Wenn Fahrgäste wissen wollten, wann ihr Bus fährt, sollten sie am besten einen Blick in die RMV-App werfen, rät Spannauskunden, die das Internet nutzen. Ab Januar 2023 werden Heißgetränke zum Mitnehmen in Mehrwerkbechern im Pfandsystem ausgegeben. Diese Neuerung setzt auch in Wiesbaden vor allem kleine Cafés und Bäckereien unter Druck. Der Rheingauer Bäckerbetrieb Dries, der in Wiesbaden 13 Filialen betreibt, ist vorbereitet. Er wird noch in diesem Jahr ein betriebseigenes Pfandsystem einführen. Für 5 Euro gibt es einen Mehrwerkbecher, beim ersten Kauf bereits mit Kaffee gefüllt. Gibt der Kunde den benutzten Mehrwerkbecher in einer der Dries-Filialen zurück, erhält er dafür einen sauberen. Elisabeth Rost-Klein von der Bäckerei Klein hofft auf ein bundesweites Pfandsystem der Branchenorganisation Beko. Wir brauchen eine Lösung, die unkompliziert ist, damit sie funktioniert, sagt sie. Vor Corona habe es bereits den Bäckerbecher als Mehrwerkvariante gegeben, für den sich Wiesbadener Bäckereien untereinander vernetzt hatten. Doch das sei kaum nachgefragt worden, das könne die neue Lage von 2023 an natürlich ändern. Das Risiko einer Infektion steigt mit zunehmendem Alter, nicht nur bei Corona. Die STIKO empfiehlt Älteren daher verschiedene Impfungen. Neben der Corona-Impfung sind vor allem Impfungen von großer Bedeutung, die vor anderen Atemwegsinfektionen wie Grippe, also Influenza, Lungenentzündung, also Pneumonie, oder auch Keuchhusten, also Pertussis, schützen. Neben den regelmäßigen Auffrischungen des Tetanus- und Dipterischutzes, der alle 10 Jahre notwendig ist, empfiehlt die STIKO allen Personen ab 60 Jahren die Pneumokokken-Impfung, die jährliche Influenza-Impfung und auch die Pertussis-Impfung. Denn auch Keuchhusten führt bei Senioren vermehrt zu komplizierten Verläufen. Zudem wird zur Impfung gegen Herpes-Zoster, also Gürtelrose, geraten. Noch mehr schlechte Nachrichten für Flugreisende, am morgigen Mittwoch, 27. Juli, müssen sich Passagiere der Lufthansa auf verstärkte Flugausfälle und Verspätungen einrichten. In den laufenden Tarifverhandlungen für rund 20.000 Beschäftigte des Bodenpersonals hat die Gewerkschaft Verdi zu einem eintägigen Bahnstreik aufgerufen. Zum Bodenpersonal gehören unter anderem Techniker und Logistiker, ohne deren Dienstleistungen die Flugzeuge nicht abheben können. Ein erstes Tarifangebot der Lufthansa hatte Verdi abgelehnt, aber für den 3. und 4. August eine Fortsetzung der Verhandlungen vereinbart. Die Wahlstreiks des Bodenpersonals sollen am Mittwoch, dem 27. Juli um 3.45 Uhr beginnen und bis Donnerstag früh, 28. Juli um 6 Uhr dauern. Aufgerufen sind Beschäftigte in Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Hamburg, München, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart und Köln. Vertreter von EU-Staaten haben sich nach Informationen der Deutschen Presseagentur auf einen Notfallplan zur Senkung des Gaskonsums verständigt. Er soll an diesem Dienstag bei einem Sondertreffen der Energieminister in Brüssel offiziell bestätigt werden und die Risiken reduzieren, die sich aus einer vollständigen Unterbrechung russischer Gaslieferungen ergeben könnten. Wie Diplomaten der Deutschen Presseagentur in der Nacht zum Dienstag bestätigten, sieht der Plan wie von der EU-Kommission vorgeschlagen vor, den nationalen Konsum im Zeitraum vom 1. August 2022 bis zum 31. März 2023 freiwillig um 15% zu senken. Zudem soll die Möglichkeit geschaffen werden, bei weitreichenden Versorgungsimpässen einen Unionsalarm auszulösen und verbindliche Einsparziele vorzugeben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de